Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Follow on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Ja, liebe Leute, es ist 2021, es ist der erste Erste heute und ja, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen reflektieren vielleicht, was in 2020 bei euch so abging, ob ihr damit zufrieden seid, wie es gewesen war und grundsätzlich wünsche ich euch für das neue Jahr nur das Beste, alles Gute, viel Erfolg, viel Gesundheit und so weiter. Das wollte ich gleich am Anfang erstmal direkt loswerden. Und ja, wollte gleich am 1.1. heute mal direkt quasi wieder eine Episode aufnehmen, um ja, so ein bisschen einen guten Start in das neue Jahr hinzubekommen und euch vielleicht wieder ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, vielleicht ein bisschen Werte von meiner Seite mitzugeben und Tipps, wie auch immer man das nennen will, was ihr damit anfangt, klar liegt wie immer bei euch. Ich versuche ja, wie gesagt, in verschiedensten Podcasts von vorher, ja, ich sag mal so meine Wertvorstellungen und meine Tipps an euch weiterzugeben, die ich für mich so in meinem Leben herausgefunden habe, Sachen, wo ich der Meinung bin, dass sie wichtig sind und am Ende des Tages euch, wie gesagt, ein bisschen zum Nachdenken anzuregen und hoffentlich quasi dabei zu helfen, ja, weiterzukommen im Leben. So, und damit würde ich ganz gerne dann auch gleich starten wollen, wie immer, liebe Leute. Also, letztes Mal, was hatten wir da besprochen, da ging es quasi darum, jetzt muss ich gerade hier nochmal gucken, genau, Prioritäten zu setzen. Würde mich freuen, wenn ihr in den Podcast einmal reinschaltet, euch das Ganze mal gebt, vielleicht sind auch da ein paar Sachen dabei, die ihr für euch nutzen könnt. Und, ja, es ging halt grundsätzlich darum, was sind Prioritäten, welche verschiedenen Arten gibt es, wie setzt man die, warum sollte man die setzen und welche Benefits hast du davon, also ähnlich wie die letzten Folgen davor, nur ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was viele Menschen einfach vernachlässigen und dementsprechend dachte ich, ich spreche mal darüber. Aber das war 2020, jetzt sind wir in 2021 und, ja, wie immer, liebe Leute, kurz zu Pay the Fee, ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr für das Video und den Podcast ein Like da lasst, wenn ihr, ja, kommentiert und mir eure Meinung mal darstellt. Nur so kann ich lernen, ich brauche einfach Feedback von euch. Ich würde es natürlich toll finden, sofern ihr hier irgendetwas draus ziehen könnt, wenn ihr das Ganze teilt, ja, und vielleicht auch, ja, nicht nur einen Daumen da lasst, sondern auch dem Kanal hier folgt. Das wäre richtig stark und zu guter Letzt das Allerwichtigste, ich sage ja immer wieder, Mund-zu-Mund-Propaganda ist einfach die beste Werbung, die man kriegen kann. Von daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr, sofern ihr hier ein bisschen was mitnehmen könnt und euch zum Nachdenken anregt oder irgendwie was bringt, ja, ja, davon einer Freundin oder einem Freund erzählt. Mehr erwarte ich nicht, das würde mir schon reichen, weil vielleicht kann der oder diejenige davon auch irgendwie in gewisser Weise einen Nutzen ziehen. So, und, ja, würde ich sagen, liebe Leute, let's go, lasst uns einsteigen, worüber ich heute mit euch sprechen wollte. Ich dachte mir, so zum 1.1., dass ich quasi mal so ein bisschen darüber rede, oder ich sag mal, das Thema, das heutige Thema ist, wie 2021 dein Jahr werden kann, was ist zu tun? So, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, was will Vollmatt, so, also, wie will er mir denn erzählen, was, wie mein Jahr 2021 ein Top-Jahr wird, was hat derjenige für Referenzen, bla, 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 ja, kann ich verstehen, bin ich voll bei euch, ja. Ich hatte ja in meinem allerersten Podcast erzählt, dass es mir halt auch einfach darum geht, oder dass wir Menschen häufig dazu neigen, nur auf Leute zu hören, die wir als erfolgreich ansehen im Leben, was ich verstehen kann, mache ich ganz genauso. Ich gucke mir wirklich mittlerweile ganz genau an, wem ich zuhöre und wem ich nicht zuhöre. Ich sage euch ganz ehrlich und achte auch darauf, wer welche Expertisen hat. Auch das sage ich ganz ehrlich, ganz klar. Also, von daher, wäre ich bei euch, wenn ihr sagt, ja, was der da sabbelt, ist völlig Humbug, weil welche Referenzen hat er schon so ungefähr. Mir ist aber einfach wichtig, weil ich glaube, dass eben einfach jeder Mensch auf der Welt im Prinzip einfach verschiedene Dinge lernt und ich glaube, dafür musst du nicht ein übererfolgreicher Mensch sein, sondern jeder lernt eben was anderes und kann dadurch anderen Leuten eben was mitgeben und vermitteln. Du kannst aus meiner Sicht von jedem Menschen etwas lernen, so. Und dementsprechend, weil ich der Meinung bin, dass mein Leben mittlerweile in eine ganz gute Richtung geht, zumindest aus meiner Sicht, für mich persönlich, ja, ja, wollte ich euch quasi mal meine Vorstellung geben, wie ich glaube, dass 2021 ein richtig gutes Jahr für euch werden kann, so. und in welche Richtung das gehen sollte, was dafür zu tun ist und so weiter und so fort. Deswegen, liebe Leute, steigen wir gleich mal direkt ein. Also, wie kann 2021 euer Jahr werden und was ist zu tun? Zuallererst würde ich persönlich empfehlen, dass man sich einfach nochmal erstmal, bevor man über 2021 nachdenkt, Gedanken darüber macht, was war eigentlich in 2020. Also, einfach ein Recap machen und mal gucken, was war denn ganz genau gewesen und wirklich das gesamte Jahr beleuchten, also allgemeine Themen beleuchten, klar, Corona ist da oder war da, ist da und so weiter. Weiß ich nicht, die familiäre Situation begutachten, berufliche Situation begutachten, als Person sich selber begutachten, einfach wirklich da mal in sich gehen und sich ein paar Fragen stellen, wie beispielsweise, welche Erfolge hatte ich, so. Welche Niederlagen hatte ich in 2020? Was kann ich vielleicht verbessern? Oder was sind meine Träume und meine Ziele in 2020 gewesen und habe ich die erreicht oder habe ich sie nicht erreicht? Warum habe ich sie erreicht oder warum habe ich sie nicht erreicht? Also, wirklich einfach mal in sich zu gehen und ganz bewusst, darüber habe ich ja auch übrigens schon einen Podcast gemacht, wie ihr vielleicht wisst, ansonsten Tune zurück, also das Thema Bewusstsein, ein sehr, sehr wichtiges Ding aus meiner Sicht, ganz bewusst in sich zu kehren und wirklich das letzte Jahr einfach nochmal Revue passieren lassen und zu gucken, was war eigentlich gewesen. So, ich glaube, das ist auf jeden Fall die Basis, definitiv, um 2021 ein deutlich besseres Jahr für euch selbst zu machen und voranzukommen im Leben, was auch immer das für euch bedeutet. Das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr selber für euch herausfinden, sage ich mal, und definieren. Aber ich glaube, man sollte einfach einmal zurückgucken, schauen, was war und dann quasi das nutzen, um dann weiterzugehen. Denn Schritt 2 wäre, aus meiner Sicht, welche Wunschvorstellung habe ich denn von 2021? 2021. Da geht es noch nicht um konkrete Dinge. Das ist einfach nur ein Wunsch. Ich gebe euch ein Beispiel. Sagen wir, in 2021, dadurch, dass man, weiß ich nicht, durch Corona irgendwie, ja, keine Ahnung, einen Job verloren hat und 15 Kilo zugenommen hat und angefangen hat zu rauchen und zu trinken und ich weiß nicht, was alles. Oder vielleicht auch nur teilweise Sachen davon, wie auch immer, ja. Wenn dann die Wunschvorstellung wäre zu sagen, also wirklich eine richtige Wunschvorstellung, nee, ich will das Ganze komplett umkrempeln, ich möchte ein eigenes Business starten, das soll im ersten Jahr profitabel sein, ich will 20 Kilo abnehmen und gleichzeitig 5 Kilo Muskelmasse generieren, ja, jetzt aus männlicher Sicht gerade mal, ich meine, wenn Frauen das auch hinkriegen, alles super, Mädels, gebt Gas, ja. Aber, wie gesagt, das sind jetzt nur Beispiele. Ich möchte gerne eine tolle Freundin oder Freund kennenlernen und ich möchte dieses oder jenes, also wirklich so ein Wunschpaket, ne, mit Schleife drumrum und so weiter und so fort. Das sollte man sich einmal so vorstellen und ich sag mal in Anführungsstrichen für dieses eine Jahr nach den Sternen greifen, so ungefähr. Warum sollte man das so machen? Einfach deswegen, weil ich persönlich gemerkt habe, umso höher man die Ziele steckt, umso höher muss das Pferd auch springen, ja. Wenn du, sag ich mal, ich versuche es mal an Prozentzahlen auszudrücken oder generell in Zahlen, ja. Sagen wir mal, du hättest eine Firma und dein Ziel ist es, dieses Jahr eine Million Umsatz zu machen. Du hast vorher nur irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Umsatz gemacht oder so, ja. Und du nimmst dir jetzt ein richtig, richtig hohes Ziel, setzt du dir. So, wenn du es schaffen würdest, von dieser eine Million nur 20% zu erreichen, also nur ein Fünftel, was erstmal so, wo du denkst, boah, ist ja gar nichts, ne, das wären 200.000 Euro. So, wenn du davon ausgehst, okay, ich habe dieses Jahr 30.000 Euro nur gemacht und ich möchte das gerne verfünffachen, was ja richtig krass wäre, 500% mehr und du würdest das erreichen, dann bist du lediglich bei 150.000. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, umso höher du dir das Ziel steckst, umso mehr musst du dafür tun, um da hinzukommen und selbst wenn du nur irgendwie 20% davon schaffen würdest, wärst du immer noch höher, als würdest du dir ein deutlich niedrigeres Ziel stecken und davon 100% erreichen. Deswegen eben halt einfach so eine Wunschvorstellung. Was würde ich gerne in diesem Jahr schaffen? Ob du das dann schaffst oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Man sollte sich persönlich, aus meiner Sicht, wenn man das nicht schafft, ja, sag ich mal, nicht irgendwie mental auspeitschen und sich selbst runtermachen und niedermachen, weil das bringt absolut nichts. Es geht einfach nur darum, die Latte richtig hochzusetzen und versuchen, darüber zu springen. So, das mal ganz generell. Wenn du diese Wunschvorstellung dann definiert hast und kreiert hast, also du kannst dir Fragen stellen, beispielsweise wie, was wäre richtig cool, wenn ich dieses oder jenes schaffen würde in 2.21? Oder in welchen Bereichen will ich dieses oder jenes für mich schaffen? Und was ist das genau? Also, was wäre denn richtig cool hinzubekommen? So, und wie gesagt, richtig hoch das Ziel stecken. Das wäre für mich Schritt 2, ja? Und dann wiederum geht es zu Schritt 3 und das ist dann, back to reality, sag ich mal, Ziele setzen. So, konkrete Ziele zu setzen ist aus meiner Sicht unendlich wichtig, weil das die Definition davon ist, wo will ich hin und nicht einfach nur so eine Wunschvorstellung ausmalen, die man irgendwie verfolgt, ja, sondern wirklich konkret zu sagen, okay, das will ich schaffen, das will ich schaffen, das möchte ich machen, dies möchte ich umsetzen und so weiter und so fort, ja, und das wirklich ganz klar zu definieren. Also, richtig konkret, ob ihr das jetzt in einem Satz für euch aufschreibt oder ob ihr das in Zahlen definiert oder ob ihr euch ein Bild malt, so als Beispiel, weil ihr wollt gerne in Haus mit Garten und dann malt ihr euch das hin und so, völlig Latte. Am Ende des Tages geht es nur darum zu sagen, ich will konkret die Ziele für mich definieren in den verschiedenen Bereichen und man sollte dazu noch zwei Dinge machen, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, einmal das in Zahlen ausdrücken. Was bedeutet denn das? Also, wenn du jetzt über Business nachdenkst, ja, dann reicht es halt nicht zu sagen, boah, ich würde gerne Umsatz erhöhen, so, sondern da muss eine Zahl stehen, damit das wirklich greifbar ist. Genau das Gleiche oder ein weiterer Punkt, der zweite ist, du musst den Zeitraum definieren. Klar, du hast als übergeordnetes Ding 2,21 definiert, aber du kannst das halt auch runterbrechen und sagen, okay, erstes Quartal das, zweites das, drittes das oder im ersten halben Jahr so und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ja, also man sollte das wirklich so konkret wie möglich machen und das dann eben für die verschiedenen Lebensbereiche machen, sprich Ziele im Bereich deines Beruf, also deines beruflichen Lebens, deines privaten Lebens mit deinem Partner, deines Sport, sage ich mal, ja, und vielleicht die andere Dinge nebenbei, Freizeit, Reisen und, 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 also Dinge, die man halt einfach für sich definiert und was will ich gerne in diesem Jahr machen und schaffen und erreichen, ne, und das wirklich konkret, liebe Leute. Andernfalls dümpelt ihr einfach rum und es wird, du kommst halt einfach nicht voran und du, am Ende stehst du da und sagst, hm, irgendwie habe ich das wieder nicht hingekriegt, was ich so alles wollte, ähm, woran hat es denn gelegen? Ich sage euch, das liegt daran, weil man konkret keine Ziele definiert hat. Ähm, genau. Wenn man das dann getan hat und da wirklich konkret geworden ist, das Ganze mit Zahlen und mit Zeiträumen definiert hat, dann geht es zum vierten Schritt und das ist der Plan. Ja, also sprich, wie komme ich da hin? Ich nenne das immer quasi die Navigationsroute, ja. Also Navi sagt dir ganz genau, wie komme ich von A nach B? Und das müsst ihr für euch ganz genauso definieren. Es bringt halt, es ist schon mal ein super Schritt, wenn man sagt, okay, die und die Ziele habe ich, ja. Es ist aber noch besser und das ist eigentlich auch eine essentielle Sache, ähm, dann zu gucken, okay, wie mache ich denn das? Wie komme ich denn von A nach B? Also, Beispiel. Ich will gerne fünf Kilo verlieren, weil in 2020 habe ich mich kaum bewegt, hatte nur Homeoffice und habe nur, auf gut Deutsch, Scheiße in mich reingefressen, ja. Wie kriege ich denn die fünf Kilo wieder weg? Was muss ich denn dafür machen? Reicht es, wenn ich einmal die Woche Sport mache? Nee, ich würde sagen, nein. Reicht es, wenn ich dreimal die Woche Sport mache? Hm, könnte. So? Vielleicht auch nicht. Je nach, ich sag mal, Veranlagung, wie auch immer. Oder muss ich fünfmal die Woche Sport machen und meine Ernährung ein bisschen umstellen? Oder reicht es dann, dreimal die Woche Sport zu machen und meine Ernährung richtig gut wieder umzustellen? Also das muss man dann eben gucken. Und diesen Fahrplan, und das ist jetzt nur ein Beispiel gerade gewesen, muss man sich einfach hinlegen und genau gucken, okay, dieses oder jenes muss ich machen. Ich tue das für mich auch. Definitiv. Andernfalls hast du nichts, wo du wirklich immer wieder drauf gucken kannst und sagen kannst, ah, okay, klar, da stehe ich jetzt. Das und das habe ich zu tun, um da und da hinzukommen. Also relativ simpel. Und ich glaube, auch relativ logisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr das eher so fließend alles macht für euch oder und dann trotzdem irgendwie an eure Ziele kommt. Oder ob ihr auch so Menschen seid, die sagen, nee, sollte schon ziemlich klar definiert sein, was und wie und wohin und so. Würde ich gerne mal hören. Also vielleicht gibt es da auch definitiv noch völlig andere Ansätze, über die ich gar nicht nachdenke, die aber auch mir persönlich, deswegen wie gesagt, immer gern Feedback geben, weiterhelfen können. So, ich habe für mich mit dieser konkreten Geschichte halt bis dato sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist ja auch nichts anderes, als wie würde man das bei der Arbeit tun oder in seinem eigenen Business machen. Nichts anderes tut man oder sollte man da zumindest aus meiner Sicht tun. Ja, so, wenn man dann diesen Plan hat und eine, ich sage mal, operative Umsetzung, so würde man das ja im Business-Kontext irgendwie nennen oder im beruflichen Leben, dann kommt, also dann hat man im Prinzip alles, ja. Aus meiner Sicht kommt da aber noch eine fünfte Sache hinzu, also kein fünfter Schritt, sondern eine, ja, eine Basis, sage ich mal, die das Allerwichtigste darstellt. Also das ist das Fundament dafür, dass Punkt 1 bis 4 ihr hinbekommt und ihr am Ende in 2021, 31. Dezember steht und sagt, hey, ich habe was Geiles gemacht in diesem Jahr und diese Basis ist aus meiner Sicht, oder es geht zurück auf deine Werte, auf deinen, ich sage mal, wer bist du und wofür stehst du und wenn du es schaffen willst, diese Ziele zu erreichen und vielleicht sogar die Wunschvorstellung zu erreichen, ja, das wäre natürlich noch geiler, dann kommt es, wenn du es komplett runterradikalisierst und runterdampfst, ja, auf zwei Dinge an. Das Erste ist, make a commitment and stick to it, ja. Also sprich, versprecht euch selber, dass ihr diese Ziele umsetzt und macht das auch. Also ihr müsst selber euch ein Versprechen geben, dass ihr das tut. Warum sollte man das machen? Das hat auch eine psychologische Komponente da drin. Wenn ihr euch selber versprecht und sagt, ich setze diese Dinge um in diesem Jahr, was auch immer das ist und egal für welchen Bereich wir jetzt sprechen, persönlich, beruflich, Beziehung etc., ja, wenn ihr euch ein Versprechen gebt und ihr haltet es ein, dann habt ihr, und da komme ich gleich zu, verschiedenste Benefits, die ihr davon tragt, ja. Ihr, oder ich nenne es jetzt einfach mal direkt in dem Kontext, ihr steigert euer Selbstvertrauen, weil ihr euch gesagt habt, ich werde das machen und ihr habt es am Ende des Tages auch gemacht. Das gibt euch das Selbstvertrauen, dass ihr ein weiteres Ziel, eine weitere Wunschvorstellung setzen könnt für beispielsweise 2022 und das, wenn ihr wieder konsequent durchzieht, das auch schafft. Und da wären wir übrigens beim zweiten Punkt. Es ist nicht nur, dass ihr euch ein Versprechen geben solltet, sondern ihr müsst natürlich auch, und ich habe mir hier aufgeschrieben, execute. Ja, ihr müsst die Sachen umsetzen. Ansonsten, ihr müsst, ihr müsst in Schweiß kommen. Das erledigt sich nicht von alleine, die ganzen Dinge, die ihr dann machen wollt, logischerweise. Ja, und das sind die beiden Dinge. Gebt euch ein Versprechen, haltet es ein, setzt die Dinge um, die ihr machen müsst, um dahin zu kommen, wo ihr hinkommen wollt. Ganz simpel, ganz einfach, mehr ist es nicht. Das ist total bescheuert an für die meisten. Ja, aber, aber dies oder aber jenes und naja, aber diese Situation und dann kommt wieder Corona. Und dann nö, 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 nö. Ist mir alles klar, ja. Am Ende des Tages sind das halt Ausreden, um nicht das zu tun, was man tun muss, um von A nach B zu kommen. So, und um nochmal auf die Benefits einzugehen. Wenn ihr euch dieses Versprechen gebt, wie gesagt, und ihr macht das, dann werdet ihr euer Selbstvertrauen, euren Charakter, euer innerliches Ich, sag ich mal, so stärken, das wird euch einen Mega-Boost geben in 2.21, den ihr dann für 2.22 und so weiter nutzen könnt. Das ist natürlich kontinuierliche Arbeit. Ist ganz klar. Wenn ihr das allerdings nicht tut, und deswegen ist dieses Versprechen auch so wichtig, und ihr haltet das nicht ein, und ihr, ich sag mal, die Execution fehlt, ja, dann sagt ihr euch doch selber, ja, naja, ich hab mir ein Versprechen gegeben, aber ich hab's nicht geschafft und irgendwie bin ich nicht in der Lage dazu. Und das wird immer in eurem Hinterkopf sein, dass ihr, wenn ihr euch selbst ein Versprechen gebt und das nicht einhaltet, was für eine kleine Pussy ihr seid. Ich weiß, hört sich hart an, aber aus meiner Sicht ist das eben so. Also, es gibt nur den einen oder den anderen Weg. Ich geb mir ein Versprechen, ich halte es ein, ich steigere mein Selbstvertrauen, weil ich's geschafft hab, ich steigere mein, oder verbessere meinen Charakter, ich, ich, und so weiter, und so weiter, oder ich halte es nicht ein und sag mir eigentlich, jedes Mal, wenn ich mir ein Versprechen gebe, schaff ich das irgendwie nicht. Also kann ich's auch gleich sein lassen, ne, so, und 2,21 wird ähnlich kacke wie 2,20, so ungefähr, nehm ich halt nochmal 3 Kilo zu, bewegt mich noch weniger, keine Ahnung, und so weiter. Ähm, ich überspitze das jetzt gerade mal so ein bisschen. Für einige Leute, ganz ehrlich, ist das nicht mal eine Überspitzung, sondern das ist wirklich de facto so, wie ich's gerade gesagt hab. Ähm, und da sollte man halt wirklich vorsichtig sein. Also wenn ihr das nicht, wenn ihr euch kein Versprechen gebt, dann kann ich euch sagen, werdet ihr eure Wunschvorstellung und eure Ziele voraussichtlich nicht erreichen. Das kann okay sein, wenn ihr sagt, ich hab Angst davor, mir ein Versprechen zu geben, weil, wenn ich es nicht einhalte, dann, ja, ist irgendwie auch blöd, und ich will mir nicht selber irgendwie, ich will nicht in den Spiegel gucken müssen und sagen müssen, Diggi, du hast es verkackt, so, mal wieder, ähm, und so weiter. Ähm, es ist aber einfach essentiell, dass ihr diese Versprechen gebt, um dahin zu kommen. Ansonsten wird es schwierig. Das ist meine persönliche Erfahrung aus 2020 und auch aus den letzten Jahren generell, aber vor allem auch aus 2020. Ähm, mir ist ehrlicherweise aufgefallen, dass, wenn man sich diese Versprechen gibt, was auch immer das ist, und ihr tut die Dinge, die ihr tun müsst, um diese Wunschvorstellungen oder Ziele zu erreichen. Ja, und ihr habt diesen klaren Plan und ihr habt das runtergebrochen und ihr macht jeden einzelnen Schritt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das in einem bewirkt. Das ist, ist unfassbar. So, und ich kann euch nur sagen, ich lerne tagtäglich dazu und das ist nicht einfach und es ist schwierig und es ist hart und es ist anstrengend und es zieht einen runter und es ist Arbeit. Ja, definitiv. Aber wenn ihr euch diese Versprechen gebt und das auch durchzieht, also die Execution dabei ist, dann verspreche ich euch, dass 2021 ein richtig gutes Jahr wird und dass 2021, so wie ich eingangs gesagt habe, wie wird 2021, oder wie 2021 dein Jahr werden kann und was zu tun ist. Ja, also ich will, dass es euer Jahr wird, wo ihr sagt, geil, ich bin richtig vorangekommen. Mein Leben sieht deutlich besser aus als in 2020 oder Ende 2020. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch selbst diese Versprechen gebt, und es umsetzt, dann wird das so sein. Definitiv. Ja, damit bin ich vom Ding her durch. Ich kann euch noch eine Empfehlung zum Abschluss geben, liebe Leute. Also, wenn ihr, ich sag mal, ein Tool haben wollt, um diesen Fahrplan zu haben und um diese Werte zu entwickeln und ich sag mal, dieses Durchhaltevermögen zu entwickeln, um wirklich an eure Ziele, um, ich sag mal, am Ende eure Ziele zu erreichen oder sogar eure Wunschvorstellungen zu erreichen, dann lege ich euch 75 Hard ans Herz. Das ist eine Challenge von einem Unternehmer aus den USA. Der nennt sich Andy Frizzella. Könnt ihr gerne mal abchecken. Der Dude ist wirklich legit. Der hat diverse Unternehmen aufgebaut, die mittlerweile eine halbe Milliarde Umsatz generieren und der Typ hat für umsonst, sag ich mal, so eine Art Guide entwickelt beziehungsweise eine Challenge ins Leben gerufen. eine 75-Tage-Challenge mit verschiedensten Sachen, die da drin stecken und, ja, die aus meiner Sicht euch extrem weiterhelfen werden, um das, was ich eben gerade alles beschrieben habe, wirklich auch durchzuziehen und zu erreichen. Von daher, das ist nur eine Empfehlung am Rande von meiner Seite. Könnt ihr mal abchecken. Müsst ihr nicht. Ihr könnt es auch selber probieren, klar. so und euren eigenen Weg finden. Aber, ja, es ist definitiv eine konkrete Empfehlung von mir. Und, ja, von daher, liebe Leute, ich bin durch. 22 geht los. Ich hoffe, dass ihr das Beste daraus macht. Ich hoffe, dass ihr weiterkommt, dass ihr eure Wünsche und Träume erfüllt und eure Ziele erreicht und 2021 einfach ein besseres Jahr wird als 2020, weil ich glaube, viele von uns und auch ich definitiv haben im letzten Jahr gestruggelt. So, es war nicht einfach. Und von daher, ja, wünsche ich jedem für 2021 das Beste. Holt raus, was ihr rausholen könnt, ja. Und in dem Sinne, liebe Leute, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und geht das. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.